So wird es wahrscheinlich gebaut haben. Ja, da sind wir schon ganz hier so hoch und es ist erst mal nur ein Stockwerk. Kommt noch ein zweites drauf. Und auf die Türme kommen noch drei Stockwerke, glaube ich dann. Das wird auch noch mal spannend, denn die obersten Turmspitzen sind ja so hohl, so durchlöschert. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja, aber die Gewölbe sind wirklich sehr schön. Ja, ne? Hm, irgendwie... Stimmt, das hier noch nicht so ganz, glaube ich. Minecraft. So. Echt, da komme ich nicht dran. Äh. Äh. Dabei hat man doch immer so lange Arme in Minecraft. Normal ja, nicht? So, ich glaube, es ist, glaube ich, repartiert. Jetzt müsste es eigentlich genauso sein, wie auch wie Steffi das gebaut hat. Mist. Ja. Damit kann ich arbeiten jetzt. Oh, nee, runtergefallen. Kurven enger nehmen. Ja, aber jetzt. Ja, ja, ne, poor. Poor ey. Hier bitte ja nicht. Voll poor ey. Ja. Und krass ey. Voll krass. Achso, die Dinger sind da nicht genau in der Mitte. Ah, okay. Ja, dann muss man sehen, wie wir das machen. Die sehen ein bisschen anders aus. Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme aber viel zu selten dazu. Ich habe mein Kopf viel. Bei mir ist gerade Totenstille. Oh, jetzt kriege ich auch gerade Musik. Nein, nein, nein. Minekraftmusik. Und wieder Steine, alle. Jetzt schnell, wa? Ja. Ja, das geht echt schnell mit den Steinen. Ja. Da wird die liebe Sven ja wohl recht gehabt haben, dass wir vielleicht irgendwann nochmal was unternehmen müssen wegen der Steine. Also wir haben echt noch Steine genug. Wieso? Na gut. Ja, also unten mein Thronkeller ist noch so ein bisschen voll davon. Hier haben wir ja auch noch. Da habe ich auch Minecraft Musik. Und mir heulen gerade irgendwelche Hunde im Hintergrund. Ach so was. Wie mache ich das jetzt hier am besten, weil das nicht zu blöder aussieht. So, vielleicht sieht halt ein bisschen anders aus hier. Jetzt darf ich eigentlich gar nicht so viel mit Erde machen. Hier muss ich mal gucken. Hier außen. Da kommt ja eigentlich Schrägwand. Und da kommt ja auch mal ein Schrägwand zu Hause. Und der Motor ist gar nicht so leicht. Und du hast es nicht so schlecht. Alles klar. Und du hast es gar nicht so leicht gemacht. Doch, natürlich. Und du hast den Neues gemacht. Aha, ja. Das ist ja auch doof. Wie macht das? Ich glaube, wir müssen auch mal auf Diorit und Andesit-Tour gehen. Ja, ich bin gerade auf Kohle-Tour ein bisschen. Na ja, das Zeugs bekommt man eigentlich recht gut eigentlich. Ja, wenn man da mal eine Spur gefunden hat, dann gibt es da auch gleich eine Menge von Plöts. So, das sieht jetzt alles hier ein bisschen komisch anders aus. Aber ich muss wieder mal unten angucken, ob ich das hier fertig habe. Pling! Gott sei Dank sind die Kohleflöße inzwischen so schön groß in Minecraft. Ja, früher war Kohle recht selten. Da waren die auch nur so sechs groß oder so. Das stimmt, ja. Und Eisen war ein gar seltenes Ereignis. Du hast dich wochenlang, jahrelang mit Steinwerkzeugen beholfen. Hm, das stimmt. Das stimmt. Wie die Zeiten sich doch ändern. So, ich bin hier gerade ein bisschen auf Rohstoff-Tour. Ja. Bring noch mal ein bisschen von diesen Steinen mit. Diorit ist so, ne Andesit ist jetzt hier. Ja gut, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber es ist okay, finde ich. Was sieht jetzt anders aus? Außen, das Kreuzband drin ist. Ja, die sind, ähm. Ich muss dich ein bisschen anders gestalten, weil, ähm. Ja, eben, die Säulen vor den Fenstern sind schmaler, damit man die Fenster noch sieht. Und deswegen kann man das nicht so bauen wie im Inneren. Ja, ich hab's trotzdem gekriegt. Gut gemacht. So, machen wir das. Zieht mich schon anders aus, aber das geht. Das ist geil. Ja. Das ist okay. Eisen! Juhu! Nehmen wir gleich mit. Leider nur vier. Wirklich nur vier. Ja, man hat das gleich alles. Okay, und Kohle. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen trinken holen und so weiter. Ja, genau. Ich guck mal gerade mal ihm der Steffi zu, ja? Steffi gebaut. Ich bin gleich sofort wieder da. Ja, I'll see you. Hu, hu, hu. Eine. Ja, okay. Ja, okay, ich guck mal. Oh, nein. Ja, okay, ich guck mal, es ist. Oh, nein. Wie ist das? Vielen Dank. So, das ist meine Retourkutsche. Aha. Ich ahne schon was. Das habe ich geahnt. Da muss ich mal eine neue Spitzhacke bauen. Da. 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 Ich ahne schon. Also Diorit habe ich noch nicht gefunden hier drin. Doch, hier hinten ist Diorit. Sehr schön. Können wir das hier auch weiter mit abbauen. Backel. Seid ihr noch da? Also du, Steffi? Ja, ich bin noch da. Ja, ja. Gut, okay. Ja. So, da bin ich wieder. Ja, liebe Zuschauer, es tut mir leid, dass ihr das jetzt im Dunkeln alles erleben musstet hier. Ne? Ich bin irgendwie eingebaut, lebendig, ich sehe nichts mehr. Das kann doch gar nicht sein. Wer tut denn so was Böses? Weiß nicht. Auch noch so tief eingebaut. Man denkt, ist es nur eine Schicht? Ich baue immer ein bisschen Licht machen. Ich sehe ja gar nichts. Ah, guck. Jetzt sehe ich was. Versuche ich mich mal hier rauszubauen. Wahrscheinlich kommt der noch ein bisschen hier. Oh, ich habe meine Kätze da wieder ausgemacht. Ach, ich muss mal in mein Brötchen beißen. Ah, ich habe die Tür wieder gefunden. Ah, ich bin voll eingebaut. Ah, Tageslicht, es ist hell draußen. Das war die Rache, weil du mich eben runtergeschubst hattest, oben, von meinem Erdbalken. Ja. Echt? So viel Spaß habe ich getan. Das war jetzt meine Retourkutsche. Wie man in den Wald hineinruft und so weiter. Ja. Steffi, guckst du da eigentlich immer deine Aufnahmen vor allem an? Nein, nicht komplett. Ich nehme immer nur Stichproben. Ah, okay. Was soll das jetzt heißen? Hm? Naja, was ist denn vorhin passiert? Wie vorhin passiert? Da habe ich sie ja befreit. Genau. Also hättest du eigentlich noch eine zweite Retourkutsche verdient. Oh, da kannst du froh sein. Da kannst du froh sein. Aha. Da war man ganz kurz gewesen. Ich habe dich eingebottelt und dann hat Gerda dich sofort wieder ausgebottelt. Das war ganz lieb von dir, Gerda. Das kann sich nur um Sekunden gehandelt haben. Bitteschön. Ich habe auch daran gedacht, dass ich ja deine Videos angucke. Und dann sehe ich da. Nuscht. Doch, du vielleicht hättest du gesehen. A feeling of blindness. Super. Jo, jo, dat. Hä, was ist denn da jetzt? Da müssen doch noch Steine in der Film. So, Kohle und Granit lasse ich stehen. So. Aber Anläsid können wir noch brauchen. Jo, jo, dat. Aha. Tucki. Svenja hat mir gerade geschrieben. Ja. Kommt heute nicht. Och. Auch der schönen Gruß von uns. Wir sind traurig. Ja. Das ist ja schade, wie Sven ja nicht mehr kommt. Unseren Tavo. Tavo. Wir hin. Ich habe schon wieder meinen ganzen Stein aufgebraucht hier. Ist ja nicht wahr. Ich werde dann gleich erstmal die Öfen wieder befüllen. Oh, ihr geht gerade. Lü lala. Oh. Habe ich gehört. Ein Taitüter Tars. Bitte.